Wofür steht das A in der Gasregel? A. Gefahr erkennen, B. Abstand halten, C. Spezialkräfte anfordern. Wissen Sie die Antwort auf diese Frage? Ja. Aber haben Sie sich auch auf diese Prüfung vorbereitet? Wahrscheinlich nicht. Die richtige Antwort liegt aber auf der Hand. Es wird gefragt, wofür das A in diesem Akronym steht. Die einzige Antwortmöglichkeit, die mit einem A beginnt, ist Abstand halten. Diese Frage ist für eine Prüfung vollkommen ungeeignet. Sie prüft kein Wissen, wenn die Lösung durch logisches Denken gefunden werden kann. Genau aus diesem Grund sind bei der Fragenerstellung eines E-Assessment viele gute Praktiken und Leitlinien entscheidend. In dieser Lektion werde ich Ihnen zeigen, was Sie bei der Erstellung von Fragen beachten sollten. Dazu habe ich Ihnen viele Beispielfragen mitgebracht. In der nächsten Lektion legen wir den Fokus dann auf die Erstellung guter Antwortmöglichkeiten für Ihre Fragen. Ich werde so vorgehen, dass ich Ihnen eine Frage zeige, die nicht gut gelungen ist. Dann werde ich erklären, wie man diese Frage verbessern kann. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Aus dem Stamm kann nicht entnommen werden, was die eigentliche Frage ist. Hier steht nur das Wort Hedonismus. Für die Teilnehmerinnen ist nicht deutlich erkennbar, dass Sie hier einen Satz vervollständigen sollten. Außerdem sind die Optionen recht lang. Man kann diese auch kürzer formulieren. Diese Frage könnte daher folgendermaßen verbessert werden. Durch die Verbesserung des Fragestammes ist es nun deutlicher geworden, dass der Satz vervollständigt werden muss. Die gesamte Aufgabe ist kompakter und klarer geworden. Das sieht man vor allem an der Textlänge der Optionen. Achten Sie also darauf, die Informationen in den Fragestamm zu verlagern und die Optionen kurz zu halten. Sehen wir uns die nächste Frage an. Hedy Lamarr, erfolgreiche Schauspielerin und gebürtige Gewinnerin, welche 2014 in den amerikanischen National Inventors Hall of Fame aufgenommen wurde, wird mit welcher Erfindung in Verbindung gebracht? a Frequenzsprungverfahren b Amplitudenmodulation c Kathodengleichrichtung d Phasenumtastung Vielleicht merken Sie bereits, wo das Problem in diesem Fragestamm liegt. Wir haben hier zwei Einschübe. Erfolgreiche Schauspielerin und gebürtige Gewinnerin und welche 2014 in den amerikanischen National Inventors Hall of Fame aufgenommen wurde. Diese Einschübe enthalten Informationen, die für die Beantwortung der Frage nicht relevant sind. Auch ohne diese Informationen kann diese Frage beantwortet werden. Streichen wir diese Einschübe und formulieren einen neuen und prägnanten Fragestamm. Hedy Lamarr wird mit welcher Erfindung in Verbindung gebracht? a Frequenzsprungverfahren b Amplitudenmodulation c Kathodengleichrichtung d Phasenumtastung Nun ist der Fragestamm kurz und klar formuliert. Die Informationsentnahme ist nun wesentlich einfacher. Bei der nächsten Frage ist es schon etwas schwieriger zu erkennen, was verbessert werden muss. Was ist ein Merkmal von Märchen? a Es bleiben Ort und Zeit unbestimmt b Es gibt Heldinnen und Bösewichte c Es beginnt mit einer formelhaften Wendung d Es beruht auf wahren Begebenheiten Das Problem liegt im Wort kein. Sie sollten eine negative Formulierung des Fragestammes vermeiden, wenn es möglich ist. Die Teilnehmerinnen können Schwierigkeiten haben, die Bedeutung von negativen Formulierungen zu verstehen. Negativ formulierte Fragen beanspruchen das Arbeitsgedächtnis um das Doppelte im Gegensatz zu positiv formulierten Fragen. Wenn sich eine negative Formulierung nicht vermeiden lässt, sollten Sie die Negation unbedingt fett gedruckt oder in Großbuchstaben hervorheben. Ansonsten könnten die Teilnehmerinnen das Wort kein überlesen und damit die Logik der Frage umkehren. Die Frage könnte folgendermaßen verbessert werden. Was ist ein Merkmal von Märchen? a Bekannt sind Ort und Zeit der Handlung b Erzählt wird von Göttern und Dämonen c Beginnt mit einer formelhaften Wendung d Beruht auf wahren Begebenheiten Der Fragestamm enthält nun nicht mehr das Wort kein. Er wurde positiv formuliert. Das setzt auch voraus, dass die Distraktoren geändert werden. Option c ist nun zum Key geworden. Dann kommen wir zur nächsten Beispielfrage. Im Milgram-Experiment von 1961 wurde gezeigt, dass a Menschen bereit sind, aus Gruppenzwang falsch zu antworten b Menschen bereit sind, aus Gehorsam andere zu schädigen c Menschen bereit sind, aus Unsicherheit nicht zu helfen d Menschen bereit sind, aus Sympathie andere zu bevorzugen Vielleicht fällt es Ihnen hier schon eher auf, was an dieser Frage weniger gut ist. Die Textstelle Menschen bereit sind aus wird in allen Optionen wiederholt. Bei der Erstellung Ihrer Fragen sollten Sie darauf achten, die Lesezeit zu verringern. Wenn die Zeit für die Absolvierung der Prüfung begrenzt ist, können wortreiche und ausschweifende Fragen für Zeitdruck sorgen. Sie verlängern dadurch die Lesezeit. Halten Sie daher den Fragestamm und die Optionen so kurz wie möglich. Kurze Fragestämme und Optionen fördern zudem die Klarheit und Verständlichkeit. Hier zeige ich Ihnen einen Verbesserungsvorschlag für diese Frage. Im Milgram Experiment von 1961 wurde gezeigt, dass Menschen bereit sind aus a Gruppenzwang falsch zu antworten b Gehorsam andere zu schädigen c Unsicherheit nicht zu helfen d Sympathie andere zu bevorzugen Schreiben Sie in den Fragestamm, was zur Frage gehört. Anstatt den Teil Menschen sind bereit zu in den Optionen zu wiederholen, geben wir diesen Teil in den Fragestamm. So halten wir die Optionen möglichst kurz. Als nächstes möchte ich Ihnen zwei unterschiedliche Fragen zeigen. Dabei zeige ich Ihnen nur den Fragestamm. Die erste Frage lautet Wie hoch ist der Nikotinanteil einer typischen Zigarette? Und die zweite Frage lautet Welche Krankheiten können durch das Rauchen von Zigaretten hervorgerufen werden? Was denken Sie? Welche Frage wäre für eine Prüfung besser geeignet? Oder anders ausgedrückt Fänden Sie es wichtig, wenn Ihre Teilnehmerinnen wissen, wie hoch der Anteil von Nikotin in einer Zigarette ist? Oder wäre es Ihnen wichtiger, wenn Sie Krankheiten nennen könnten, die mit dem Rauchen in Verbindung stehen? Sie sollten sich bei der Erstellung von Prüfungsfragen immer Gedanken machen, ob die Frage auf einem relevanten Lernziel gründet. Die zweite Frage nimmt Bezug auf ein großes gesundheitliches Problem und ist für die Lernerinnen relevanter. Der Inhalt der ersten Frage ist hingegen sehr trivial. Sie messen damit kein bedeutsames Lernziel. Nun zeige ich Ihnen wieder zwei Fragen. Die richtige Antwort wurde mit einem Stern gekennzeichnet. Schauen wir uns die Fragen genauer an. Die korrekte Antwort auf die erste Frage ist Goofy. Micky und Goofy sind beste Freunde. Nehmen wir an, dass wir die Antwort mit Sicherheit wissen. Wenn wir nun die zweite Frage beantworten möchten, sehen wir, dass Goofy auch hier unter den Optionen vorhanden ist. Daraus können wir schließen, dass Goofy mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Distraktor ist. Wir können somit die Option C strategisch ausschließen. Aus diesem Grund sollten Sie darauf achten, unabhängige Prüfungsfragen zu entwickeln. Damit vermeiden Sie, dass die Prüfungsteilnehmerinnen durch die Beantwortung einer Frage auf die Lösung einer anderen Frage schließen können. Sie haben nun einige Leitlinien für die Erstellung von Fragen kennengelernt. Fassen wir am Schluss nochmals in aller Kürze zusammen, was Sie bei der Erstellung von Fragen beachten sollten. Geben Sie möglichst viele der Informationen in den Fragestamm. Halten Sie die Optionen möglichst kurz. Entfernen Sie irrelevante Informationen. Vermeiden Sie Negationen in der Frage. Andernfalls sollten Sie Negationen fettgedruckt oder in Großbuchstaben hervorheben. Vermeiden Sie Wortwiederholungen am Beginn der Optionen. Damit halten Sie die Lesezeit möglichst kurz. Prüfungsfragen sollten bedeutsame Lernziele prüfen. Die Prüfungsfragen sollten nicht voneinander abhängen. WOLEN cái- Sinner